so die kann man noch heilen und vom letzten mal und dann kann man erst mal hier hingehen hallo wie auch wenn er noch mit seiner hand also wohnung wo ich hin muss wieder das gleiche wie vorhin ok mal einfach das hier ich sehe halt hier auch nirgends irgendwas 400 schritte bis dahin dann gehen wir mal hin geht weg ok 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 da man über konntet und starten hab ich folge ja ja geht bloß weg ein langer fußmarsch oh was hier schon wieder rumlungert angestalten ah scheiß tiger ich hab aufs suchen gehen warum sind ja so viele kommen die alle her fuck die beste macht alle die beste macht alle schuss jaguar wage dich sauer wo sind wir denn überhaupt da lang gehen also hier schon mal jaguar gebiet gewesen oder ist ab hier wo muss man auch was gucken hm zumindest Höhenlöwe ist da hinten hm 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 na gut da klappt da kommen wir nicht vorbei ich bin mir nicht sicher jetzt ist stets zieh augen offen verbrennen verbrennen nö naja kann sie mal verbrennen es redt schon weg oder es dreht um und holt Verstärkung oder es rennt da in die Richtung ich hab keine Ahnung wo es hinläuft und hier brennt und ich weiß nicht was denn das was ist das für ein Typ, Alter holy shit du isst erstmal was genau wie ich was gegessen hab ich hab keine Ahnung was ich alles werfen, Alter fuck hm alles klar warte was wie sind die denn gekleidet steh ich nicht mein Feuer will ich nicht löschen ich brauch gleich neues ich brauch ein neues Feuer hier löschen das sind heute neues haben weiß ich was ist denn hier alles weiß ich was ist denn hier alles weiß ich was ist denn hier alles was ist denn das ein Dachs? Feuersteine haben die dabei Feuersteine haben die dabei gefällt mir was ist denn hier was ist denn hier alles was ist denn hier alles was ist denn hier alles brennt oder mein Wolf hier rennt schon wieder Viecher rum auf die ich gar keine Lust habe ich weiß auch nicht wie lange mein Fakker noch hält hier so lange so lange so ich weiß nicht ich kann das ja jetzt hier nochmal speichern irgendwie ob das was hilft keine Ahnung Fähigkeiten so jetzt jetzt dass ich die aller einzeln machen muss wo soll denn hin hä? wo ist die Mistkrücke hin? gut ja mal gucken was hier abgeht aua oh doch nicht ja das ist wie finde ich beim sagt du w ja das man Ich muss jetzt keinen Bären töten, oder? auf der jagd spür den bären auf heute vorgedrückt wir freuen mich jetzt schon und was habe ich davon wenn ich dann den bären aufspüren bin ich tot oder wie da hinten was ist denn da hinten erst mal entzünden können wir schon in ruhe lassen das ist ja auch nicht warum sie das glaube ich der gegessen hat wir werden nicht hier geht es weiter kleiner dachs ein kleiner dachs aggro safety toll für so kleine dinge wo geht denn jetzt hier die spur lang da unten geht es weiter ich glaube das ist kein gutes ende hier könnte ich eigentlich mal speichern oder was für ein biet bin ich jetzt hier schon wieder warum liegt hier da hinten ist er da da hinten kann mir doch noch einer rum hier 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 ich hab die Spur verloren ich guck mal hier hinten aber das geht irgendwie so schräg hier geht es weiter ich dachte ich muss irgendwie da rüber auf die andere Insel da ist er ja ich hab den Bären aufgespürt und jetzt das mache ich den Settentieren lassen ebenfalls wie soll ich das machen wie soll ich das machen Halt, hier mit dem Bär fertig. Nur meine Bestie. Hu hu hu. Jetzt brennt hier alles. Muss ich halt schnell häuten. Oh. Ruhe. Ne, soll ich jetzt die Jäger finden? Das ist auch lustig. Finde die Jäger. Ah. Bisschen schade, dass das immer nur... Hm, jetzt wird's dir da gar nicht angezeigt. Scheiße. Oh, glaub ich auch irgendwo in die Richtung. Nein. Frag mich, wie ich die finden soll. Ach, nicht so viel. Au. Nicht so viel. Warum sind die jetzt wieder da hinten, oder was? Hä? Jetzt mal hier. Ist das auf der Karte? Ne. Ne. Warum ist das mal da, oder mal nicht? Das verwirrt mich. Hm, bestimmt. Aber da kommt jetzt noch irgendwas. Nee, kommt nicht. Auf der Jagd. Easy. 44 Bevölkerung. Schnellreisen. Ich weiß nicht, ob wir da auch wieder was verbauen müssten. Wir müssen mal gucken. Ich kann mich hier was upgraden. Ja, dann brauchen wir Mammutort, ne. Wir haben erst eine. Aber hier ihre Hütte müssen wir bauen. Ja, dann kommen wir da auch mal. Schleuder Langbogen und XP Wollt sie das? Nein, eigentlich nicht Wollt sie sich auf uns Wie soll ich mit uns verrucke um, was du gehen? Beide ich. Euch was? Wollt sie sich einfach vor? Wir haben uns nicht einfach zu sagen, Weich. Ah, Mama faddi! Mutti faddu antaristaisch! Kuspas! Baradjuhalcihada! Ciao! Uuh! Sauwaita! Musi charu hinnaja! Mhm. Irgendwas mit neig. Mama faddi! Das wär das dann. Aber gut. Was haben wir hier unten? Das hat auch noch keine Höhle oder was? Ne. Naja. 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 Kann man die bauen? Ja. Irgendwas zu nerven. Gut. Wie wir weitermachen. Sehen wir wie immer in der nächsten Folge. Haut rein! Naja. 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 Naja.